An der wunderschönen südlichen Weinstraße, eingebettet in die sanften Hügel der Weinberge, liegt das Landhotel Hauer. Herzlich Willkommen im Landhotel Hauer. Dürfen wir Ihnen unser Hotel zeigen. Herzlich Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Verbringen Sie eine erholsame Zeit in einem unserer komfortablen Zimmer. Jedes Zimmer besitzt seine eigene Note und wurde mit viel Liebe zum Detail ganz individuell gestaltet. Entspannen Sie in der Wellnessoase mit integriertem Ruhe- und Relaxbereich. Dampfbad, Infrarotkabine, unsere Panorama-Sauna und für danach unser Kaltwassertauchbecken erwarten Sie im Wellnessbereich. In den Tagungsräumen halten wir für Sie moderne Technik und Infrastruktur zur Verfügung. Im Landhotel Hauer stehen Sie als Gast im Mittelpunkt. Genießen Sie an sonnigen Tagen einen guten Wein vom Weingut Wilka auf der Innenhofterrasse. Im Restaurant freuen wir uns, Sie mit einem hervorragenden Menü verwöhnen zu dürfen. Für Feierlichkeiten und Tagungen unterstützen wir Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer Wünsche. Für Feierlichkeiten und Tagungen unterstützen wir Sie gerne bei der Planung und Umsetzung.